Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute habe ich etwas ganz besonderes dabei und zwar neben meinem Rucksack einen silbernen Koffer und was da drin ist, schauen wir uns jetzt einmal an und ich muss tatsächlich in die Weitwinkelfunktion umschwenken, weil dieser Koffer einfach zu lang ist und wenn wir ihn aufmachen, dann sehen wir da drin das längste Objektiv der Welt. Nein, Spaß beiseite, die Teleobjektive sind natürlich länger, aber wir könnten glaube ich sagen, das längste Weitwinkelobjektiv der Welt haben wir hier in dem Koffer. Das ist das Laowa 24mm Probe und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Also wir haben hier ein RF-Bajonett, das gibt es natürlich auch für Nikon und Sony und so weiter. Wir haben ein rein manuelles Objektiv, das wir über die zwei Ringe fokussieren können, die Blende verstellen können und dann ist hier noch so ein Nupsi, den wir uns gleich nochmal anschauen. Und wir schauen uns hier einfach mal vorne das Objektiv ohne Kappe an und da sehen wir schon, da sind rund um diese wirklich winzige Öffnung LED-Lichter. Und dann kommen wir zu dieser Buchse hier, da sehen wir auch einen USB-C Anschluss, da können wir solch ein Kabel anschließen, das gibt es auch in schwarz, ist auch dabei, liegt allerdings bei mir im Auto. Und eine Powerbank an dem Kabel befestigen, sodass die LED leuchten. Das Besondere ist, wir haben eine 2 zu 1 Vergrößerung, wir haben 24mm Weitwinkel und dieser Teil hier vorne, der ist komplett wasserdicht. Das heißt, wir können mit diesem Objektiv tauchen gehen, also was heißt tauchen gehen, am Gewässerrand liegen und fotografieren, unter Wasser fotografieren. Wir müssen halt aufpassen, dass kein Wasser in die Buchse reinkommt, also bis hierhin darfst du ins Wasser, dann ist Schluss. Durch diesen extrem kleinen Objektivdurchmesser können wir natürlich auch im Flachwasser arbeiten, was wir zum Beispiel mit herkömmlichen Unterwassergehäusen nicht können, beziehungsweise mit herkömmlichen Objektiven. Von daher würde ich sagen, wir tauchen jetzt wirklich mal ab in die Praxis, hier hinter mir ist extra der Bach, deswegen bin ich hier im Regen unterwegs und wir schrauben das Objektiv dran. Schaut schon aus wie so ein kleiner Zauberstab. Es ist extrem leicht, tatsächlich, das ist noch erwähnenswert, in meinen Augen sogar zu leicht. Also selbst mit Kamera ist es dadurch ein bisschen wackelig, also ich würde es mir schwerer wünschen. Da gibt es noch verschiedene Stativfassungen und sonst was, die man extra kaufen kann, kostet allerdings relativ viel Geld. Von daher bin ich erstmal solo mit diesem Objektiv unterwegs. So, so schaut das Objektiv aus, 24 mm. Ich habe hier 35 mm Weitwinkel als Vergleich. Aber die Länge von dem Objektiv ist tatsächlich der große Vorteil auch von diesem Objektiv. Das ist halt merkwürdig, damit zu arbeiten, aber wir können somit halt wirklich ins Wasser eintauchen. Wir können geniale Kamerafahrten machen. Wir können durch diesen kleinen, wirklich kleinen Objektivdurchmesser abtauchen, zwischen Steine, Inritzen, Baumritzen, sonst wohin, was wir mit anderen Objektiven einfach nicht bekommen könnten. Und bei der Tierfotografie haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir nicht so nah an die Tiere ran müssen und die Tiere sich weniger gestört fühlen. Also von daher, das ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Objektiv, allerdings auch sehr speziell. Da hinten unter der Wurzel, in diesem ausgespülten Bereich, da, dieses kleine schwarze, das sind nämlich Feuersalamanderlarven. Und die würde ich jetzt gerne mit dem Objektiv fotografieren. Da drüben komme ich allerdings nicht hin, deswegen müssen wir hier nochmal ein bisschen weitersuchen, ob hier vorne nicht irgendwo noch welche sind. So, ihr solltet mich noch hören können. Und da unten sind tatsächlich Salamanderlarven. Deswegen schnappen wir uns jetzt unser Objektiv und tauchen es einfach mal ein. Und einfach nur zum Entdecken, was unter dem Wasser ist, ist natürlich das Objektiv auch praktisch, weil hier spiegelt es sich so ein bisschen. Da bräuchte man eigentlich so eine polarisierte Brille. Aber mit dem Objektiv macht es natürlich Spaß. Man muss völlig aufpassen, hat mir auch der Marco König gesagt, der das Objektiv auch hat. Hier, dass du nicht mit der Buchse ins Wasser kommst, weil einmal Wasser da drin, will sie nicht haben. Von daher, ja, kann man sich das vielleicht noch abkleben. Wäre schön, wenn es da einfach so einen Silikontropfen gäbe, den man da reinstecken kann, damit es noch einen Ticken weiter wasserdicht wäre. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Man muss halt wirklich höllisch aufpassen. Und es liegt dann in eurer Verantwortung, wie tief ihr da wirklich reingeht mit dem Objektiv. Und warum habe ich mir dieses Objektiv gekauft? Das liegt einfach daran, dass ich eben Amphibien unter Wasser fotografieren möchte. Und das Unterwassergehäuse ist einfach zu sperrig, zu umständlich. Da muss man immer so viel mitschleppen. Und mit diesem Objektiv ist man einfach viel besser beraten. Kostet natürlich auch einen stolzen Preis von 1700 Euro. Wir müssen halt, wie vorhin schon angesprochen, manuell fokussieren. Und die Unendlichkeitseinstellung ist auf der anderen Seite, in der anderen Drehrichtung, wie bei den Kenobjektiven. Das finde ich ein bisschen schade, weil es wäre doch viel praktischer gewesen. Deswegen müsste man sich da nicht immer wieder umorientieren, umdenken müssen. Aber gut, so ist es halt. Wir können es nicht ändern. Und da unten sind tatsächlich einige Feuersalamanderlarven. Ich versuche sie mal für euch einzustellen. Also man sieht sie schön, wie sie da unten liegen. Und die machen halt fast nichts. Das ist so das Ding. Die sind ziemlich langweilig, wenn man sie fotografieren möchte. Außer zum Fressen bewegen sie sich eben fast gar nicht. Und da unten krabbelt jetzt eine Köcherfliegenlarve. Und hier vor mir habe ich jetzt noch eine Salamanderlarve entdeckt. Sie sitzt leider mit dem Rücken zu mir, also abgewandt mit dem Kopf. Wir tauchen trotzdem mal ab und versuchen da ein spannendes Bild zu bekommen. Nur damit ihr auch merkt, wie das Bild überhaupt aussieht unter Wasser. Und ich finde persönlich, dass die 24 Millimeter fast nicht weitwinklig genug sind. Also da hätte ich mir wirklich irgendwie so 17 Millimeter gewünscht. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Ein großes Manko von diesem Objektiv ist die Blende. Wir haben nämlich eine Offenblende von 14. Und da muss man den ISO bei solch einem Wetter natürlich schon extrem in die Höhe treiben. Beziehungsweise muss man da mit Kunstlicht arbeiten. Und das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir eine bessere Blende gewünscht. Aber so ist es eben. Aufgrund dieser Spezialkonstruktion geht es wahrscheinlich physikalisch nicht anders. Aber auch da wird es mit Sicherheit in Zukunft irgendwelche Neuerungen geben. Vielleicht gibt es dann auch nochmal ein lichtstärkeres und weitwinkligeres Objektiv. Das wäre natürlich ein Traum. Und durch die 2 zu 1 Vergrößerung kommen wir natürlich auch super nah. Also einerseits kommen wir super nah an die Tiere ran. Die Naheinstellgrenze ist der Hammer. Und die 2 zu 1 Vergrößerung ist natürlich auch nochmal irgendwie ein Game Changer. Ich fotografiere jetzt allerdings mit ISO 5000 und nutze die Bildschirmlupe, um da wirklich den Fokus genau setzen zu können. Und das Objektiv ist in meinen Augen auch für den näheren Abbildungsmaßstab gemacht. Ich teste das jetzt gleich nochmal, wie die Auflösung, wie die Schärfe ist von dem Objektiv, wenn man ein bisschen weiter weg fokussiert, also richtig unendlich geht. Aber ich glaube, die größte Schärfe erreichen wir dann doch, wenn wir im Nahbereich arbeiten. Ihr werdet das wahrscheinlich auch vermutet haben, man darf nicht allzu viel erwarten von diesem Spezialobjektiv. Aber in meinen Augen ist das Objektiv ausreichend scharf. Für den Film sowieso, aber eben auch für Fotos. Das Bokeh müssen wir bei diesem Objektiv natürlich nicht behandeln, weil dafür ist es einfach nicht gemacht. Es ist ein Objektiv zum Dokumentieren von Tieren und Pflanzen und das macht es eben richtig gut im Nahbereich. Es ist eben ein Weitwinkel-Makroobjektiv, ein sehr spezielles. Und dieses Objektiv ermöglicht uns einfach Perspektiven, die wir nicht anders hinbekommen würden. Also allein hier so durch mehrere Buschwindröschen hindurch zu fotografieren, das ist schon abgefahren. Aber es ist ein Gefriemel, bis man dann letztendlich zu seinem Bild kommt. So, jetzt habe ich das erste Mal auf den Auslöser gedrückt. Nicht einfach, aber wenn es dann klappt, ist es umso schöner. Man kann halt ganz einfach da jetzt auch unter die Buschwindröschen und da einmal durchfahren. Das ist jetzt natürlich frei Hand und wackelt extrem, aber ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was man damit machen könnte. Das war es auch schon vom ersten Eindruck zu diesem Objektiv. Ihr werdet mit Sicherheit Fragen haben. Ich freue mich drauf. Schießt los in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und auch nochmal ein riesen Dankeschön an die Kanalmitglieder, die mich mittlerweile unterstützen. Das ist mega lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Ansonsten hoffe ich, dass das Video Spaß gemacht hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!